so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh meine lieben geschwister wie geht es euch ich hoffe gut falls sie mich gerade hört teilt das bitte ok ok ihr habt alle nachtschicht gut haben wir dabei eben eben waren schon einige online ich habe gesagt ja die muslime die arbeiten morgen sind jetzt alle schon im bett am schlafen haben aber es wird immer mehr es wird immer mehr bitte teilen jetzt wollen dass das viele hören was wir hier zu sagen haben denn das thema ist wie ihr schon gehört habt pierre vogel und die antikopftuch furien ihr werdet gleich in schale erfahren wer die antikopftuch furien sind damit ihr auch nie mehr vergisst wer sie sind und damit ihr die antikopftuch furien sofort identifiziert sobald ihr auf sie trefft wie ihr wisst liebe geschwister ich war vor kurzem alhamdulillah in mekka und medina gewesen und als in medina war habe ich gesagt als ich dort auf dem vorplatz war und ich habe die muslime gesehen mit strahlenden gesichtern und du siehst die grüne kuppel über dem grab des propheten sagt sallallahu alaihi wasallam ja und man denkt sich was für eine innere ruhe hier was für eine baraka was für ein segen und man sagt sich endlich mal wieder normale leute so wie tom gerhard beim film baller man sechs gesagt hat endlich mal wieder normale leute als er die ganzen leute beim saufen gesehen hat so sehe ich als muslim wenn ich die muslime sehe wie sie anbeten sind wie sie wie sie sich freuen zum grab des propheten alle ist salat ussalam zu gehen dann sage ich endlich mal wieder normale leute und dann bin ich in mekka und alhamdulillah in mekka was ist dort die kaba und man geht oben ich bin ich bin oft oben im ersten stock tower machen weil ich dann meine ruhe habe ja und da ist auch wieder so eine innere ruhe obwohl da so viel los ist ja ist ja mehr los als in jedem fußballstadium jetzt von der anzahl der menschen her aber du denkst du dann bist du vorne auf dem vorplatz siehst die ganzen menschen und du sagst dir endlich mal wieder normale leute und dann hast du kraft getankt für deinen iman kommst du in deutschland am flughafen an kommst du in deutschland am flughafen an und das erste sie warten schon auf dich kommen sie mal her dann sagt er zu anderen das ist ja das ist ja hat mir einer erzählt ja und dann nehmen sie einen erstmal raus dann reden sie raus erstmal was erzählst du ein schiff und quatsch wir reden über geschwister die leiden heuschelei ja wir reden wenn du keine ahnung hast geh raus aus dem chat aber auf jeden fall ja es gibt halt leute die die haben eine mütze aber ist auch egal auf jeden fall holt einen erstmal raus dann durchsuchen sein erstmal auf der hinreise nach mekka haben sie ein zweimal nach medina haben sie ein zweimal rausgeholt ja und und dann kriegt man die ganze diskussion hier mit in deutschland das heißt du musst dir vorstellen dieses dieses bild du bist in mekka du bist in medina du siehst mashallah die leute die dort beten die dort fasten und du kommst dann in deutschland an dann kriegst du die erste diskussion mit dann ist dann ein ägyptischer murtad abtrünniger von dem islam und das einzige argument was er die ganze zeit hat ist die muslime wollen sich immer in eine opferrolle begeben immer wollen die muslime sich in eine opferrolle begeben mehr mehr hat er nicht hat immer nur dasselbe blöde gelaber ja die muslime wollen sich eine opferrolle begaben das heißt das ist eine methode und das müsst ihr euch merken um die muslime mundtot zu machen mittlerweile ist es sobald du mit irgendeinem historischen fakt kommst wo du sagst schauen sie mal die muslimischen länder leiden bis heute noch unter der kolonisation durch insbesondere durch die briten insbesondere durch die franzosen da sind millionen von menschen abgeschlachtet worden dann kommt sofort die opferrolle keule ja sie sagen über uns wir kommen mit der nazi keule aber sie kommen jetzt mit der opferrolle keule ja wollt ihr euch in die opferrolle begeben wollt ihr nicht selbstkritisch sein nein wir sind selbstkritisch wir waren schon oft genug selbstkritisch wir als muslime müssen nämlich gerecht sein und zur selbst um und zum gerechtigkeit gehört dass man selbstkritisch ist okay und 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 die gerechtigkeit ist das wichtig das a und o im islam liebe geschwister merkt euch das bitte gerechtigkeit ist im islam absolut das a und o was sagt im koran wir haben die gesandte wir haben schon die gesandten entsandt und haben mit ihnen die verdeutlichung gebracht und haben mit ihnen und haben mit ihnen das buch und die waage herab gesandt warum damit die menschen in gerechtigkeit walten mit gerechtigkeit walten das heißt das entsenden der propheten das entsenden der bücher der sinn und zweck davon ist was gerechtigkeit das heißt wir muslime müssen gerecht sein und zur gerechtigkeit gehört es auch selbstkritisch zu sein wenn wir sehen dass muslime etwas falsches machen dass muslime sich unislamisch benehmen dann kritisieren wir das da gibt es hunderte videos bei mir und von anderen predigern aber wenn es um den islam geht wenn man ihn mit logischen oder mit rationalem verstand betrachtet ist der islam die perfekte religion punkt so und wir begeben uns nicht in eine opferrolle wenn wir historische fakten auf jeden fall das ist dann der erste komiker den man sieht dann kommt der zweite komiker komiker ein palästinenser palästinenser der sich für die rechte der juden in palästina einsetzt und er sagt sein argument ist immer nur der eine hat opferrolle der aus ägypten hat die opferrolle und das palästina hat der politische islam das kopfbuch ist eines heißen des politischen islams das ist alles was er hat mehr hat er nicht politischer islam das ist ein zeichen des politischen islam also ist der eine mit der kopferrolle der andere so und dann geht es noch weiter ja dann geht es noch weiter dann kommt dann eine vorzeige türkin aus aus köln die gegen das kopftuch ist die noch nie in ihrem leben gefastet hat aber vorzeigemuslimin ist ja anti erdogan vorzeigemuslimin und die sagt dann die fundamentalisten haben den islam nicht verstanden denn jedes wort im koran hat 50.000 bedeutungen jedes wort im koran hat 50.000 bedeutungen maschallah 50.000 bedeutungen also das heißt da kannst du verstehen was du willst stell dir vor jedes stell dir vor du schreibst einen brief und jedes wort in deinem brief hat 50.000 bedeutungen und dann lasst du im koran über den koran kitab und mubin deutliches buch deutliches buch jedes wort hat 50.000 bedeutungen da brauchst du jedes wort ein ganzes wörterbuch um es zu verstehen ja stell dir vor dass du diese regel wendest du im straßenverkehr an stopp schild ja polizist das stopp schild hat 50.000 bedeutungen ich habe darunter verstanden gib schnell gas und fahr durch so diese ganzen irren und dann kommt die nächste liberale muslimin imamin aus berlin die war noch nie imamin aber plötzlich die hat die ganzen jahre versucht mit diesem hass gegen den islam zu kämpfen und da hat die gemerkt die kommt nicht weit mit ihrem schwachsinn und dann hat sie gesagt moment pass auf ich nenne mich jetzt imamin und dann mache ich eine liberale moschee auf und vielleicht habe ich ja dann einmal erfolg in meinem verkorksten leben und was ist wieder passiert kläglich gescheitert alhamdulillah und das freut uns wir freuen uns wenn schlechte menschen scheitern so dann kommt das nächste und jetzt ist sie sich ja eine lehrerin in berlin die möchte mit kopftuch arbeiten können und die liberale imamin ist voll dagegen und sagt wir werden bis zur höchsten instanz klagen ich dachte wer so liberal was los das sind leute die hass im herzen und bei jeder talk sendung hast irgend so eine antikopftuch furie dabei ja eine antikopftuch furie du siehst in ihrem gesicht siehst du diesen hass ja und wenn ich dann komme ich kenne den islam besser ich komme aus dem land xy absolut keine ahnung vom islam da war ich einmal beim kerner gewesen das war wurde leider geschnitten nicht absichtlich das wurde leider geschnitten ja bei kerner diese eine da die absolut keinen plan hatte die unwichtige neben mir die meinte dann ja sie werden ja nur geduldet von der von der muslimischen gesellschaft weil sie deutscher sind und so ich bin ja geborene muslimer die ist voll gegen den islam am schimpfen die hat aber das sind eigentlich leute die haben ein persönlichkeitskonflikt die 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 haben noch gar nicht gemerkt dass mit dem islam absolut ich weiß welchen islam haben die entschuldigung herr frau xy antikopftuch furie was macht sie zum muslimen welche lehre bestimmt ihr leben aus dem koran erzählen sie doch mal bitte sie haben den koran nicht verstanden ich komme aus dem land xy so das ist die antwort antikopftuch furie mädchen werden sexualisiert so jetzt stellt euch das mal vor was das für ein leid ist man kommt gerade aus mecca medina alhamdulillah man ist so gut drauf man kriegt noch sem sem mit am flughafen man verabschieds von der stadt man sieht die kabe und dann kommt man in deutschland an hat man es mit so antikopftuch furien zu tun so auf jeden fall wie ihr wisst man möchte das kopftuch verbieten und das ist ein verbrechen ist ein verbrechen gegen den islam man möchte es verbieten für minderjährige minderjährige haben sie jetzt gesagt unter 14 das heißt das wäre islamisch gesehen schon da wären mädchen bei die zumindest im nordrhein westfalen in schulen in kindergärten aber das ist nur ein anfang muss wissen es geht nicht unbedingt um das verbot an sich es geht insbesondere was durch dieses verbot ausgedrückt werden soll das ist ein sprungbrett ihr müsst wissen in österreich ist der islam anerkannte religion und trotzdem haben sie es geschafft in den schulen das kopftuch zu verbieten in frankreich gibt es durchschnittlich mehr muslime als in deutschland aber sie haben es geschafft das kopftuch in den schulen zu verbieten nähe karp zu verbieten in vielen ländern die liberale sind als deutschland haben sie es geschafft was haben die muslime gemacht die muslime haben den mund gehalten und nichts gemacht und alhamdulillah möge allah die brüder und schwestern belohnen die an der petiz die an der petition teilgenommen haben die den hashtag verteilt haben weil sie damit gezeigt haben wir geben den antikopftuch furien und den anderen ja hier der politische islam ach ja ich habe ja noch einen vergessen da gibt es ja noch so einen aus hessen gibt es auch noch so ein anti erdogan türken gibt es dort der sagt der der hat aber das ein einfaches gemüt der sagt nur pia vogel vergiftet die gedanken der jugendlichen das ist das einzige was hat wer hat er nicht einfach zu beantworten sagen sie zeigen sie mir doch mal wo zeigen sie mal herr anti erdogan türke wo wo denn genau wo vergiftet der vogel die gedanken der jugend zeigen sie mal ich kenne den ist das ist dann ist natürlich die antwo wieder ich kenne den islam besser ich komme aus der türkei logisches argument weil das wissen im islam ja vererbt wird ja überall muss man das wissen erwerben aber laut den antikopftuch furien und den rett und den super vorzeigemuslimen anti erdogan türken und so weiter laut denen wird das wissen im islam vererbt ihr müsst euch mal vorstellen das ist das sind ja so fortschrittliche menschen normalerweise ist ja so also die glauben vielleicht auch dass ein mensch wenn der vater lesen konnte kommt das kind lesend auf die welt aber die glauben tatsächlich weil der vater oder der europa bei der hatsch gewesen ist hat er mehr wissen vom islam als ich der sich jeden tag stundenlang mit nichts anderem befest beschäftigt als im islam und wenn du dann zu ihm sagst erklären sie mir den unterschied von diesem und jenem die einfachste frage in der religion dann ist eine einzige antwort ich weiß es besser als sie mein vater mein opa meine urema ja auf jeden fall das ein einfacher mensch so jetzt diese leute sollen benutzt werden um unsere religion durch den dreck zu ziehen warum die werden als kronzeugen benutzt als kronzeugen um zu zeigen schau mal hier der islam diese regel war was ist islam islam ist natürlich auf der einen seite ist es wenn man das zusammen nimmt mit iman in einem kontext nennt ist islam dass man bezeugt dass es keinen gott gibt außer allah und dass muhammad sein gesandter ist das gebet verrichtet dieser kerr entrichtet den ramadan fast nicht hatsch begeht aber was ist verbunden mit der glaube an allah und seinen gesandten damit ist verbunden dass man an das glaubt womit der prophet gekommen ist der koran in allererster stelle das heißt wenn ich anfange regeln die ganz klar und deutlich und unmissverständlich im koran vorhanden sind nämlich die verpflichtung dass eine frau ab der pubertät ihr haupt verhüllen muss wenn ich das wenn ich dagegen bin bin ich gegen den islam das ist ein teil des islams das ist ein teil der botschaft mit der der prophet muhammad alaihissalat ussalam gekommen ist und wir muslime dürfen es nicht zulassen dass solche antikopftuch furien und wollte politisch islam leute ja und murtadun aus ägypten hier ist irgendwie steht gerade iphone speicher voll ich bin technisch eine niete leute was heißt das später später also hat nichts zu sagen kann ich weitermachen alhamdulillah ich würde euch ja gerne alle alle umarmen aber ich sage einfach noch was salam aleikum wir dürfen das nicht zulassen denn diese leute sollen dazu benutzt werden diese leute sollen dazu benutzt werden um es den muslimen schwer zu machen um regeln des islams in deutschland abzuschaffen wie sollen sie das machen wie sollen sie das machen sie wollen das erstens machen indem sie zeigen das kopftuch ist keine pflicht da haben wir schon vorträge gemacht die könnt ihr teilen und dann wollen sie so tun als wenn die frauen und die mädchen ja alle gezwungen wären wir müssen hier klar ein zeichen setzen und dieses zeichen können wir nicht setzen liebe geschwister indem wir in der keller im keller sitzen sondern dieses zeichen können wir setzen indem wir erstens wie das schon gemacht wurde diese petition unterschreiben aber wer hat davon berichtet in der zeitung fast keiner indem wir beispielsweise ein hashtag verteilen wurde fast nichts von geschrieben indem wir videos verteilen an einzelpersonen aber was großen einfluss hat ist wenn wir uns mitten in einer deutschen großstadt treffen bitte in einer deutsch große treffen und ich oder auch andere prediger man kann sich gerne bei uns melden für verbesserungsvorschläge wenn irgendjemand als gastredner mit mir zusammen etwas machen will ihr könnt es auch alleine machen ihr braucht mich nicht unbedingt glaubt es mir ich bleibe eigentlich ich bin so gerne bei meiner familie ja ich habe keinen bock von 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 der nähe von köln 600 kilometer einfach so zu fahren ich mag zwar in berlin das sind nette brüder und so weiter aber ich kann ich könnte es auch alleine machen aber warum sehe ich das als sehr effektiv an wir halten erst mal einen vortrag über diese problematik wir widerlegen die argumente der antikopftuch furien und anderer okay und zeigen dass diese sache dieses konstrukt diese lüge diese verfälschung von die werden ja alle gezwungen dass das falsch ist und wie könnt ihr mir dabei helfen guck mal wenn ich irgendwo stehe oder ich mache jetzt hier einen vortrag ich würde sagen liebe nicht muslime das was sie behaupten dass die frauen alle gezwungen sind stimmt gar nicht dann sind was sagen die dann ja 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 klar klar das ist der das ist der islam angenommen damit er seine frau unterdrücken darf das werden die dann erzählen aber wenn ich eine rede halte und da stehen hunderte muslime drumherum und ich sage das ist ein konstrukt die meisten muslimen werden viel eher von der gesellschaft dazu gezwungen das kopfdruck auszuziehen was wird dann passieren und dann wird geklatscht oder sagt jemand allahu akbar oder die frauen sind mit dem kopf am nicken und da sind frauen die daneben stehen was zeigt das das zeigt wir lassen uns die religion erst mal ali ist sein ich weiß warum du die ganze zeit fragst und unschuldige menschen töten darf natürlich darf man unschuldige menschen nicht töten aber ist ja nicht das thema geh einfach auf youtube gibt hier vogel ein argumente der terror terror widerlegt und schau dir den vortrag an ist ja nicht das thema wir sind ja bei einem anderen thema ja weil ich weiß warum er die ganze zeit diese frage stellt so auf jeden fall noch mal dazu dann steht ihr dort und ihr bestätigt das praktisch zum beispiel das habe ich immer wieder bei einer kundgebung gemacht oder bei einem vortrag in einer halle ich habe gesagt hier sind viele frauen sie denken die werden unterdrückt fragen sie sie es macht den mund tot natürlich ihr müsst wissen da werden immer leute dabei sein da werden immer leute dabei sein denen kannst du erzählen was du willst was erwarten wir zur zeit des propheten gab es leute die hat beim propheten nur die haben sich fingern die ohren gesteckt zur zeit des propheten mohammed alaihissalat ussalam sie haben nicht zugehört unterstützung aus bosnien nema burga ja zur zeit des propheten alaihissalat ussalam gab es das das heißt selbstverständlich wird es leute geben die das nicht interessiert aber was ist für uns interessant es gibt hier in deutschland viele gute menschen oder viele menschen die keine muslime sind die aber sehr die die viele gute eigenschaften haben und die wenn man ihnen die wahrheit zeigt plausibel zeigt die sich ändern werden die wollen wir erreichen die wollen wir überzeugen und denen geben wir die chance es zu sehen indem wir uns vorbildlich benehmen es gibt andere leute sie hassen die religion innerlich allah sagt dass im koran ist hurtel brutsch zuge 85 sie haben nichts an ihnen gehasst aussieht das außer dass sie an allmächtigen den lobenswerten geglaubt haben diese leute gibt es okay und diese leute in den meisten fällen ändern die sich nicht aber es gibt auch leute bei denen denkst du der wird niemals den islam annehmen und dann nimmt er plötzlich den islam an und wird ein guter muslim da haben wir beispiele von zur zeit des sahabas zum beispiel khalid ul walid khalid ul walid wann hat er den islam angenommen im acht kurz vor der schlacht von mu'ta im die 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 schlacht vor fatu mecca im achten jahr nach hijra war das heißt circa 21 jahre nachdem der prophet alaihissalat zum prophet begonnen hat sich khalid ul walid verändert und deswegen dürfen wir nicht aufgeben wir müssen wissen alhamdulillah wir haben es in deutschland mit verschiedenen arten von nicht muslimen zu tun denn wir müssen differenzieren wir haben es mit leuten zu tun die von hass erfüllt sind einige davon die haben einfach diesen hass gegen die religion andere weil dies falsch vermittelt bekommen haben dann haben wir leute die offen sind wir wollen die botschaft rüber bringen und ihr könnt mir oder anderen predigern dabei helfen deswegen was wir brauchen ist wir wollen das gute gebieten das schlechte verwehren wir sehen es wird gelogen wir sehen es wird fährt falsch ist über die religion erzählt mit freundlichen unterstützung der antikopftuch furien und was ist unsere pflicht wenn wir etwas übles sehen der prophet alaihissalat zum sagte wer von euch was übles sieht der soll es mit der hand verändern wir können es mit der hand nicht verändern was sagt er was wir machen sollen wenn wir es nicht verändern können mit der hand wenn er das nicht kann mit der zunge und wenn er das nicht kann dann mit dem herzen und das ist die schwächste art des gläubigen das ist die schwächste art des glaubens das heißt für uns was wir können etwas mit der zunge verändern schaut mal nachdem wir diese aufrufe gemacht haben oder nachdem einige brüder die aufrufe gemacht haben und nachdem ich dieses statement gebracht habe letzte woche gab es dann auf einmal sogar einige politiker die so geredet haben und bestimmte 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 argumente genau hagenau so benutzt haben aber wir müssen den mund aufmachen liebe geschwister wir müssen den mund aufmachen ansonsten bringt es nichts und wenn wir das gute gebieten und das schlechte verwehren wird allah subhanahu wa ta'ala uns liebe schwister baraka geben er wird uns segen geben weil wir das tun was er von uns verlangt und wenn ihr nicht selber reden könnt keinen vortrag kann können sie können ihr mich dabei unterstützen oder andere prediger dabei unterstützen oder verbände dabei unterstütze dagegen zu reden die wahrheit zu verkünden denn wenn ihr dahinter steht auch wenn es nur symbolisch ist wenn ihr daneben steht und das bestätigt was wir sagen dann zeigt dass er guck mal der redet nicht für sich selber weil was wollen die von uns immer die wollen es immer so darstellen ach ja das was der erzählt das nur eine kleine gruppe von muslimen wir reden über kopftuch wir reden über schweinefleisch wir reden über sachen die ganz klar nach allen vier muslimischen rechtsschulen vom islam sind und was sagen sie ja ne ne der erzählt was da haben die anderen muslime gar nichts zu tun die wahre muslimin ist hier die anti kopftuch furie nee das hat mit dem islam gar nichts zu tun das sind die das sind die heuchler durch diese den islam kaputt machen wollen aber wenn dann die muslime daneben stehen und sagen nein 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 moment das ist richtig was er sagt dann hat das eine ganz andere wirkung so kriegt man akzeptanz brüder und schwester man kriegt keine akzeptanz wenn man sich im keller versteckt und wartet dass sich die situation verbessert wo zeigt es mir wo hat sich die geschichte der menschheit jemals etwas dadurch verändert sondern kommen dann irgendwelche leute erzählen ja das was er erzählt da ist so aggressiv da ist so dies ist so dass erst mal leute 95 prozent meiner vorträge sind argumentativ lustig fünf prozent meiner vorträge sind auf den tischhauer wenn wenn überhaupt fünf das ist sind sogar weniger als fünf ja vielleicht vielleicht ein prozent diese vorträge sind immer an muslime gerichtet und beim propheten alaihissalat wassalam gab es situationen wo er geschrien hat da gibt es die diese von sachen muslim aber bei solchen kundgebung reden wir argumentativ rational lustig ganz klar so und wenn einer vorschläge zur verbesserung wir haben eine nummer die haben wir extra das nicht meine nummer nicht dass jemand falsch versteht ja und dies nicht für heirats ich suche eine frau oder sowas wir sind keine heiratsvermittlung und wir können uns darum nicht kümmern mach duat zu allah frage in einer umgebung oder frage egal ob man oder frau ja also nicht da irgendwie hast du eine frau für mich oder hast du einen mann für mich oder ich suche die da haben wir nichts mit zu tun ok jeder hat seine aufgabe unsere aufgabe ist die religion zu verteidigen heiratsvermittlung sind wenig 017769 177 96 das ist die nummer das ist die das ist die nummer wo ihr schauen könnt wo ihr anrufen können verbesserungsvorschläge das gilt auch für insbesondere für personen aus berlin weil wir brauchen leute wie gesagt wir sind noch in der planung wir können noch nicht sagen ob wir es schaffen das durchzuziehen wir haben uns das jetzt vorgenommen weil es haben sich in kurzer zeit 573 leute gemeldet die gerne mitmachen wollen und haben wir gesagt okay dass der bedarf besteht in schala in berlin ist die hauptstadt das ist ein gutes zeichen wir werden sind schala in berlin neu köln machen entweder diese woche oder nächste woche das genaue datum können wir erst festlegen wenn wir das organisatorische geklärt haben ja es geht darum das gute zu gebieten und da möchte ich noch etwas erwähnen der prophet aleyhissalatü sagte entweder gebietet das gute und verbietet das verwerfliche oder allah wird auf euch eine strafe herabsenden und dann werdet ihr dua machen und ihr werdet nicht gehört werden okay das heißt was heißt das schaut euch das mal wenn du das gute nicht gebiet ist und verbietet er sagt nicht ob du schaffst es zu verbieten sondern du versuchst es wenn du das nicht machst wird allah eine strafe auf dich herabsenden und dann wird eine dua nicht erhört werden das heißt du kriegst eine strafe und eine dua das wichtigste für den muslim wird nicht erhört sehr gefährlich und deswegen sollte jeder muslim sich die mühe machen darüber nachzudenken welchen beitrag kann ich leisten der eine kann eventuell reden wie ich der andere kann eventuell flyer verteilen der andere kann es über internet verbreiten oder hat ideen die ich oder meine freunde mit denen ich zusammen bin eventuell nicht habe gar kein problem gerne ja wie ihr seid gerne willkommen dies gilt für einzelpersonen in berlin für verbände in berlin für moscheen in berlin man kann nicht von uns erwarten jede einzelne moschee und jede einzelne einzelperson anzusprechen wer uns helfen will ist herzlich willkommen wer uns einen ratschlag geben will ist herzlich willkommen schreibt uns eine voicemail oder schreibt uns einen text auf die nummer die wir eben durchgegeben haben und dann gucken wir weiter ja wir brauchen leute die flyer verteilen wir brauchen ordner wir brauchen einen veranstalter der veranstalter muss aus der stadt kommen es müssen zwei leute sein und wir und eventuell ein gastredner ich bin nicht dagegen abgeneigt bisher bin stehen ich als redner fest aber ich bin auch bereit hier geht es um eine islamische angelegenheit ich bin auch bereit mit leuten von anderen gruppen mit dem wir vielleicht nicht so dicke sind zu etwas zusammen zu machen wenn das nicht bedeutet dass ich dadurch meine eigene dauer kaputt mache ja weil es gibt manche leute die benutzen einen als stepping stone und danach ging einzukämpfen das haben wir schon oft erlebt ja wollen dann bekannt werden durch jemanden und dann dadurch ein kaputt machen das das war sich nicht zu aber es geht um islam es geht hier um eine sache die in allen rechtsschulen sogar bei schiiten ein teil des islams ist wer ein teil des islams bekämpft da werden wir nicht still sein es wäre eine schande wenn wir still sind sondern hier müssen wir die faust bandagieren mit faust bandagieren meine ich dass wir gewalttätig werden sondern meine ich mit dass wir argumente benutzen die die lüge zerschneiden sowie das licht die dunkelheit zerschneidet das ist das was wir wollen liebe geschwister da dürfen wir nicht still sein ja so wie gesagt ihr könnt gerne uns fragen stellen zu dem ganzen thema ja ihr könnt gerne fragen stellen zu dem thema zu dieser erkundgebung ich werde jetzt hier noch inshallah inshallah ihr könnt jetzt gerne noch paar fragen stellen was mit abu erdem ist da noch drin geht es ihm gut abu erdem möge allein befreien der ist immer noch im gefängnis wie ihr wisst möge allah seine situation erleichtern und er hat noch etwas abzusetzen möge allah ihm erleichtern und dem bilder gümisch und und alle anderen gefangenen ja dominik du bist ein bisschen doof hetze welche hätte denn aber so kennen wir euch afg leute ahnungslose für deutschland dann walaikum salam monday al sharan walaikum salam ihr seid ja schon gewalttätig ja meint du bist auch nicht der hellste gehen wir zum neurologen kannst nichts dafür habe ich jetzt gerade salam walaikum salam du bist ein schnitzel okay ich esse auch schwein jetzt wenn du ein schnitzel ich esse jetzt schwein bei den ganzen irren die ich hier sehe habe ich wieder angefangen schwein zu essen ich esse jetzt fred ferkel ja sabhan ich bin ich bin ich homosexuell wenn du homosexuell bist kann ich ihnen nicht helfen wenn du das ekelhafte wort mit f am anfang benutzt was für müll hier irgendwo anders sind da wo du hingehörst aber leute die selber müll sind die wissen nicht was kein müll ist oh habe ich gerade nicht gesehen kommt du mal nach stuttgart in shallah shalom shalom hee hee haha also huibu kafila haba galadhi ahbab tanifi salam alaikum achi wa alaikum salam achi ameen ameen mashallah salam bruder wa alaikum salam gul ahmed bayram fa salam achi wa alaikum salam mashallah shaykh jazak allahu khairan wa ijek grüß aus hamburg grüß du zurück nach hamburg ja jesh muhammad mak ya batl abu hamza faenta kaiduna subhanallah ya achi intabe ha ha bester man über sie alle die dich beleidigen und die religion ich weiß schon was mache macht keine Sorgen um mich wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh du bist selber schwein du bist selber schwein du bist selber schwein du nix können deutsch du müssen lernen deutsch du bist selber schwein hamburg wartet auf dich ja bruder allah ist mit dir hallo pierre ich habe ganz wichtige fragen dich kann man dich privat anschreiben ich kann man nicht privat anschreiben ich habe keinen nichts privat zum anschreiben weil ich den ganzen tag damit beschäftigt bin versuche das über die seite zu erleben wir haben immer muschriffs ähm admins die das inshallah an mich weiterleiten es ist es tut mir leid ist manchmal sehr schwer schade jetzt habe ich hier gerade was verpasst salam aleikum aus sanjak nema boga aleikum salam nach sanjak nema boga war deine vortrag oh schade das ist jetzt duisburg und lindwort ach so geht das ah gut schlau du bist eine slaue fuchse habe sehr viel von dir gelernt das freut mich bruder möge allah dich segnen na hibbuka fila ahabakum aladhi ahababtum unifi 2014 wer hatte Angst gehabt wer musste mit Begleitung raus aus Köln begleitet werden 2014 wer hatte Angst gehabt ohne mit Begleitung aus Köln rausgeleitet werden ich weiß nicht wovon ich weiß nicht genau wovon du redest aber ich habe meistens Begleitung das haben ja die meisten Leute aber wenn du willst kannst ja mal alleine antreten dann komm mal gucken wie es geht Philipp Ben schreib einfach privat an du hast ja die Telefonnummer und dann machen wir ein Treffen mit dir klar dann gucken wir mal wer Angst hat grüße aus Wolfsburg walaikum salam wann ist die nächste Kundgung in NRW steht nichts an steht nichts an hafizhaqallah was können Schwestern aus Berlin tun zum Helden inshallah inshallah ihr könnt auch inshallah allen Bescheid sagen und wenn dann die Veranstaltung stattfindet wäre es sehr sehr gut wenn ihr euch getrennt hinstellt ja das heißt dass die Frauen sich zu euch nach hinten stellen nach rechts wir gucken wie wir das können wenn das alles läuft grüße aus Biesbaden wa alaikum salam wa alaikum salam alaikum hast schon mal Probleme wegen deinen Videos nicht der Rede wert wer bist du eigentlich hab dich noch nie gesehen ja jetzt siehst mich jetzt kannst mich ja gerne kennenlernen falls mich meinst ihr müsst manchmal freib dir vielleicht was meint andere Leute damit salam Abu Hamza wie geht's I have a new friend that's nice so a'anakumullah hafizhakumullah wa ra'akum jazakallah amin wa ayakum salam aus München Gladbach bleib wie du bist inshallah bleib ich wie ich bin guten Abend Berlin guten Abend Berlin Allahumma sali wa salim ala sa'idina Muhammad genau sagt Allahumma sali wa salim ala sa'idina Muhammad gibt's da Fragen zu der Kundgebung ich seh hier nur Grüße und so weiter ist ja alles nett und schön wo ist eigentlich das Großmau von eben wo ist er hin ist er weg Mr. Frechtax so ich weiß gar nicht sind mich alle bedrohen im Internet in der realen Welt sieht alles anders aus Alhamdulillah die haben ja alles ist eine große Klappe also ich meine euch natürlich Pierre Vogel Allah hat dich durch deine Aktion sind wir heute einen Schritt weiter Allah wird die Muslime nicht im Stich lassen sie planen Allah plant jazakallah welche Stadt wohnen sie in der Nähe von Köln salam alaikum Bruder wann kommst du in besuchen in Antwerpen ah in Antwerpen ich weiß es nicht I don't know my friend I don't know hör doch auf grüßen aus Dortmund hast du gesagt Ali Astrozeit aber Ali ist kein Prophet ich weiß ich verstehe die Frage nicht gibt es da was MashaAllah Bruder du musst mal ich habe in Belgien schon einen Vortrag gemacht in Brüssel Grüße aus Willingen Grüße zurück Ramadan Kerim ja noch haben wir ja keinen aber möge euch alle den Allah euch alle den Ramadan erreichen lassen Amin Marhaban was hast du gemacht bevor du Salafist wurdest ich bin kein Salafist ich bin Muslim Salafist ist ein Begriff den die Medien den die Medien durch den Dreck gezogen haben was ich vorher gemacht habe am besten du schaust einfach mal in Facebook in YouTube gibst einem Pier Vogel mein Weg zum Islam da rede ich die ganze Zeit darüber und da kannst du das alles in Ruhe angucken Schwestern aus Dortmund helfen auch MashaAllah möge Allah die Schwestern aus Dortmund beschützen und belohnen Grüße aus Berlin Grüße zurück die Berliner sind sowieso cool MashaAllah Möge Allah dich für deine Arbeit belohnen oh was ist jetzt passiert vielen Dank für ihre Mühe gut es kommt über dich habe ich mal schlau gemacht deine Vergangenheit kenne ich Opfer warst du und jetzt verbreitest du menschliche Hinrichtungen dein Höllenfeuer warten durfte ich ach so ich war Opfer ja ok alles klar gut gut dann war ich Opfer bin ich jetzt kein Opfer du bist immer noch Opfer können wir nichts für wie alt sind sie eigentlich der Vogel 39 hallo wie geht es Ihnen Alhamdulillah mir geht es wunderbar ich habe ja auch hier Fred Ferkel von daher Alhamdulillah so Yusuf Sharifi Subhanallah abgehört wenn Leute auf Weg Allahs aufrufen wird er von Allah gelobt stimmt das Allah sagt im Koran Allah sagt im Koran über die Leute die zu Allah aufrufen das heißt Allah lobt die dort im Koran das sind Subhan 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 41 liebe Grüße aus Berlin liebe Grüße aus Sonnberg wo wohnen Sie Bruder habe ich eben schon gesagt kannst du dir nochmal angucken ich bin gegen das Kopftuchverbod in Deutschland Alhamdulillah du bist einer von uns ja mich kann man nicht besuchen weil ich habe eine Privatsphäre Bruder und da kann man mich nicht besuchen ich bin Mohammed ich komme aus Somalia Mohammed aus Somalia Skawaran Skawaran Maga ach ja du hast ja schon gesagt du heißt Mohammed ich will ihn in Deutschland besuchen ok Herr Vogel Sie waren doch Boxer oder in der Vergangenheit ja ich war Boxer guckt euch das einfach an ich würde gerne sagen ob die Veranstaltung stattfinden kann denn wir können das zusammen profitieren Deutschland ist ein christliches Land und wollen jetzt Maßnahmen greifen aber reden immer von Religionsfreiheit ja Pia Vogel komm lass mal eine Hasse rauchen ich rauche nicht Bilal Bilal ja Habibi ja Elbi ja Kalbi das kannst du doch nicht machen mit dem Rauchen ja ja komm einfach vorbei Oliver und dann gucken wir mal weiter Mensch mei die sind alle so mutig im Internet Wahnsinn hast du einen guten gläubigen Bruder nein hab ich nicht ich hab mit Heiratsvermittlung liebe Schwester hab ich nichts zu tun aber möge Allah dir einen gläubigen Bruder geben hältst du auch mal einen Vortrag in Marocco in Marocco hab ich schon Vorträge gehalten Alhamdulillah was haben wir noch ja Brüder es kommt jetzt hier keine Frage mehr inshallah zu dem Thema wenn ihr Fragen habt könnt ihr das gerne auch über die Seite über die Nummer äh fragen 017769 17796 wenn es irgendwelche Bedenken gibt wenn es irgendwelche Zweifel gibt wie gesagt wir versuchen das noch zu organisieren inshallah werden wir dann bald werden wir dann bald inshallah vorbeikommen möge Allah subhanahu wa ta'ala möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle beschützen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh